7. Dezember 1941 Japanische Kampf- und Jagdflugzeuge starten von den Decks ihrer sechs Flugzeugträger, um den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor anzugreifen. Die Aishi D-3A Val war der erste japanische Sturzkampfbomber. Er bildete das Rückgrat der Angriffsverbände. Die Vell war kein klassischer Stuka wie die deutsche Ju 87. Bei diesem Flugzeugtyp handelte es sich im Grunde um eine Mischung aus einem Jagd- und Kampfflugzeug. Die US-Pazifikflotte wurde durch den japanischen Angriff schwer getroffen. Die wichtigen Flugzeugträger jedoch waren zum Zeitpunkt des von Roosevelt vorsätzlich provozierten Angriffes genau aus diesem Grund nicht im Stutzpunkt. Propagandistisch gesehen war der japanische Überfall ein großer Erfolg, bot er doch Roosevelt die willkommene Gelegenheit zum längst gewollten Kriegseintritt. Militärisch hingegen war die japanische Attacke ein Schlag ins Leere, die zum Bumerang werden sollte. Die entscheidenden Flugzeugträger wurden ebenso wenig getroffen wie die riesigen Treibstofflager. 4. Juni 1942 Während der Schlacht bei Midway entdeckt eine Staffel SPD Dauntless Sturzkampfbomber unter der Führung von US-Navy Lieutenant Commander Wade McCluskey zufällig für japanische Träger. Die Japaner munitionierten und betankten gerade ihre Flugzeuge auf den Flugdecks, um einen weiteren Angriff auf die US-Träger zu starten. In diesem Moment größter Verwundbarkeit erfolgte der zufällige amerikanische Angriff der Sturzkampfbomber. Binnen weniger Minuten gelang es den Dauntless, drei der japanischen Flugzeugträger zu versenken und den vierten schwer zu beschädigen. 6. Juni 1944 Die alliierte Landung in der Normandie beginnt. Starke Luftwaffenverbände aller Art unterstützen die Anlandung der Truppen. Weder die Amerikaner noch die Briten besaßen einen Flugzeugtyp, der speziell für Luftbodenangriffe, also für Sturzkampfattacken konzipiert war. Aus diesem Grund wurden diese Angriffe von reinen Jagdflugzeugen, wie zum Beispiel die Hawker Typhoon oder die Republic P-47 Thunderbolt ausgeführt. Diese Jagdbomber beschossen Ziele aller Art, vor allem mit ihren Bordwaffen. Ziele aller Art, vor allem mit ihren Bordwaffen. In der Luftwaffe konnten diese Jagdbomber unter den Tragflächen Luftbodenraketen mit sie führen. Eine Salve dieser Flugkörper hatte in etwa die gleiche Zerstörungskraft wie die Breitseite eines Kreuzers. Vor allem Panzer- und Infanteriestellungen konnten mit den Raketen sehr effektiv bekämpft werden. In den wenigen Jahren, die seit der Beendigung des Ersten Weltkrieges vergangen waren, hatten die Luftstreitkräfte immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Zweite Weltkrieg wurde bereits durch das Flugzeug entschieden. Die Luftherrschaft war für alle Kriegsschauplätze ausschlaggebend. Die Zerstörungskraft der neuen Waffe war von ungeheurer Wirkung. 13. April 1937 Der britische Flugzeugträger Ark Royal lief in Großbritannien vom Stapel. Mit dem Bau dieses Schiffes begann eine neue Ära des Flugzeugträgerbaus. Die Ark Royal war nicht nur speziell für den Einsatz als Träger konzipiert worden, sie verfügte auch als erstes Schiff dieser Klasse über ein Stahldeck. Die Konstruktionen der Vergangenheit bestanden in vielen Fällen aus umgebauten Schiffen, die in ihrer ursprünglichen Form als Schlachtschiffe, Schlachtkreuze oder große Handelsschiffe geplant worden waren. Die Ark Royal nun war im Grunde der erste echte Flugzeugträger. Man kann sie durchaus auch als den Standardtyp der 40er Jahre bezeichnen. Geist des Flugzeugträger. Wie kann sie sehen? Wer bin ich in der ersten Laufhörgern? In der ersten Laufhörgern hat sie mir schiebt. Und sie entstattet sich nicht mehr, sondern sie etwa in der ersten Laufhörgern? Untertitelung des ZDF, 2020 Im Jahr 1942 dehnte sich durch den japanisch-amerikanischen Krieg das Kampfgebiet über den gesamten Pazifischen Raum aus. In den weiten Seegebieten standen sich gewaltige Flottenverbände gegenüber. Es war die klassische Variante des kombinierten See- und Luftkrieges. Den Jagdflugzeugen fiel die Aufgabe zu, die jeweiligen Bomber- und Sturzkampfflugzeuge des Gegners anzugreifen und gleichzeitig die eigenen Flugzeugträger gegen Angriffe zu schützen. Das Standardjagdflugzeug der US Navy war im Jahr 1942 die Grumman F4F Wildcat. Ihr japanisches Gegenstück war die Mitsubishi A6M Zero. Der schnelle und wendige Jäger war den US-Flugzeugen klar überlegen. Jedoch die außerordentlich schwache Panzerung der Zeros machte diese gegen Feindbeschuss sehr anfällig. Die japanischen Jäger waren ohne Rücksicht auf das Leben des Piloten konstruiert worden. Für sie zählte nur Geschwindigkeit, Reichweite und Bewaffnung. Ein ebenso einfältiger wie schwerwiegender Fehler, wie sich später noch erweisen sollte. Die Flugzeugträger waren im Pazifik Das Ersatzflugzeug für die Wildcat wurde die Grumman F6F Hellcat. Obwohl bei den amerikanischen Konstrukteuren die Sicherheit des Piloten im Vordergrund stand, gelang es ihnen mit der Hellcat, eine den Zeros überlegene Maschine zu entwickeln. Die F6F flog schneller, höher und fast genauso weit wie der japanische Jäger, war aber wesentlich stärker bewaffnet. Juni 1942 Die Schlacht um Midway war in vollem Gang. Zwei Staffeln Sturzkampfbomber, zusammen 37 Maschinen, starten vom Deck des US-Trägers Enterprise, um die japanische Trägerflotte anzugreifen. Lieutenant Commander Wade McCluskey war der Einsatzführer der Stukas. Als die Maschinen den gemeldeten Standort der japanischen Trägergruppe erreichten, war nichts zu sehen. McCluskey entschloss sich nun, die Japaner auf eigene Faust zu suchen. Als sie zufällig einen einzelnen mit Höchstfahrt laufenden japanischen Zerstörer sichteten, entschloss ich McCluskey, diesen nicht anzugreifen, sondern dessen Kurs zu verfolgen. Am 4. Juni 1942, um 10.24 Uhr, entdeckten die amerikanischen Dauntless die japanischen Träger. Diese zufällige Sichtung sollte zum entscheidenden Punkt der Schlacht um Midway werden. Die Japaner waren gerade dabei, ihre Flugzeuge für einen zweiten Angriff auf den Decks vorzubereiten, als die amerikanischen Stukas im Moment der größten Verwundbarkeit die Flugzeugträger überraschten und angriffen. Als erstes wurde die Akkagel getroffen. Die auf Deck stehenden Maschinen explodierten, die Bordmunition ging hoch und löste eine Kettenreaktion aus, die den japanischen Träger in einen tosenden Feuerkessel verwandelte. Insgesamt wurden allein durch diese Attacke drei Flugzeugträger, Akagi, Soriyo und Kaga, vernichtet. Im Verlauf der Schlacht sank noch ein weiterer Träger, die Hiryu. Die Japaner hatten damit zwei Drittel ihrer Trägerwaffe verloren. Ganze 54 Flugzeuge hatten den Ausgang dieser ersten Flugzeugträgerschlacht der Seekriegsgeschichte entschieden. Sie tauchten ganz einfach zur rechten Zeit an der richtigen Stelle auf. Ihre Unvorsichtigkeit war den Japanern zum Verhängnis geworden. Erhebliche Teile der Luftstreitkräfte waren auf Inseln stationiert. Von dort aus startend, mussten die Piloten oft über große Entfernungen hinweg mit relativ primitiven Navigationsmitteln den Gegner in der Weite des Pazifik auffinden. Ein oft schwieriges Unterfangen, wie das Suchen der berühmten Stecknadel im Heuhaufen. Saburo Sakai, einer der erfolgreichsten japanischen Marinepiloten mit 28 Abschüssen, war im April 1942 auf die Insel Rabaul versetzt worden. Im August desselben Jahres wurde er nun einer besonders harten Prüfung unterzogen. Während des amerikanischen Angriffes gegen Guadalcanal sollte seine Staffel gegen die Angreifer eingesetzt werden. Vor den japanischen Piloten lag damit ein Feindflug von rund 800 Kilometern. Die Gefahr, dass vielen Maschinen beim Rückflug der Treibstoff ausgehen könnte, war aufgrund der Entfernung sehr groß. Saburo Sakai war sich bewusst, dass selbst ein kleiner Navigationsfehler von nur einem Grad Abweichung ihn und seine Kameraden um rund 50 Kilometer versetzen würden. Durch eine navigatorische Meisterleistung gelang es den japanischen Marinefliegern, aber ihr Ziel sogar zum befohlenen Zeitpunkt aufzufinden und anzugreifen. Saburo Sakai wählte sich als erstes Ziel eine Wildcat aus und griff diese im Sturzflug an. Plötzlich feuerte der Gegner auf ihn, seine Maschine erhielt zahlreiche Treffer und kam ins Trudel. Sakai war durch ein Geschoss kurzzeitig ohnmächtig geworden. Trotzdem gelang es ihm unter größten Schmerzen, seine Maschine wieder unter Kontrolle zu bringen. Seine Verletzungen waren erheblich. Zu spät hatte der japanische Pilot erkannt, dass es sich nicht um eine Wildcat, sondern um einen Avenger-Torpedobomber handelte. Diese Maschine hatte nämlich ein nach hinten gerichtetes MG. Damit hatte der Bordschütze der Avenger die Maschine von Sakai beharkt und das Cockpit schwer zusammengeschossen. Alles, was Saburo Sakai nur noch tun konnte, war den Rückflug nach Rabaul zu versuchen. Bei seinen schweren Verletzungen war dies eine unglaubliche Belastung. Erschöpfung, schlechtes Wetter und der Schlaf waren dabei seine ärgsten Feinde. Schließlich erreichte er aber doch Rabaul mit letzter Kraft. Nach einigen Monaten ärztlicher Behandlung konnte Saburo Sakai sogar wieder fliegen. Sein unglaubliches Können, sein starker Wille und seine großartige Haltung ließen ihn den Krieg überstehen und zur lebenden Legende nicht nur der japanischen Flieger werden. Die Jagd- und Kampfpiloten waren nicht die einzigen, die unter harten Bedingungen kämpfen mussten. Auch die Erkundungsstaffeln mit ihren langsameren Aufklärern hatten große Strecken des weiten Pazifischen Ozeans immer wieder zu überfliegen, um die feindlichen Schiffe aufzuspüren. Einer der bekanntesten Seefernaufklärer war das zweimotorige Flugboot des Typs PBY Catalina. Die Maschine konnte auch an Land gehen und somit überall stationiert werden. Neben ihrer Hauptaufgabe als Seefernaufklärer wurden die Catalina-Flugboote auch mit Waffensystemen ausgerüstet, um leichtere Ziele wie einzeln fahrende Handelsschiffe angreifen zu können. General George Kenney war gegen den Kampfeinsatz der Flugboote. Er vertrat den Standpunkt, dass die Catalinas nur den Feind aufspüren, weitermelden und dann den eigentlichen Angriff den Bombern überlassen sollten. Dies funktionierte aber in der Praxis nicht. Immer wenn die Piloten der Flugboote japanische Geleitzüge entdeckt hatten und weitermeldeten, waren die Bomber gerade zu anderen Zielen unterwegs. Der Feind konnte häufig unbehelligt entkommen. Die Flugbootstaffel VP-12 hatte als Versorger die USS Half Moon. Ihr Commander William O'Gallery bekam zwangsläufig immer wieder die Beschwerden seiner Catalinas mit, wenn wieder einmal der Gegner entkommen war. Er befahl nun auf eigenes Risiko die Bewaffnung einiger Maschinen mit Bomben und Torpedos. Nun konnten die Piloten der Flugboote unter Beweis stellen, ob sie auch für Angriffe taugen würden. Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass ein Bombenabwurf aus großer Höhe nicht zum Erfolg führen würde. Die langsamen und schwerfälligen Catalinas waren durch das feindliche Flakfeuer eminent gefährdet. Um aber Treffer erzielen zu können, mussten die Flugboote andererseits nahe genug an den Feind heranfliegen. Die Catalina Staffel VP-12 hatte deshalb ihre Maschinen schwarz angestrichen, um sie bei Nachtangriffen für den Feind weitgehend unsichtbar zu machen. von Anfang an, um sie bei Nacht seine Maschinen zu müssen. von Anfang an, von Anfang an, Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Nachdem die Flugboote einige Erfolge erzielt hatten, wurde ihre Bewaffnung offiziell genehmigt und die Erlaubnis für Kampfeinsätze erteilt. Die japanische Flotte verlor durch das Wirken der Catalinas viele, vor allem einzelfahrende Handelsschiffe mit wertvollen Nachschubgütern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Düsenflugzeug, noch vor Ausbruch des Krieges bereits von den Deutschen entwickelt, revolutionierte nun die Luftfahrt. Auf die erbeuteten Unterlagen und Konstruktionspläne maßgeblich aufbauend, wurden von den Alliierten bereits Ende der 40er Jahre die ersten Maschinen in Dienst gestellt. Als der Koreakrieg ausbrach, besaß die US Navy bereits Düsenjäger der zweiten Generation, darunter auch die F-9F Crummon Panther. Von 1951 bis 1953 wurden sowohl Propeller wie auch Düsenflugzeuge auf Flugzeugträgern eingesetzt. Die Maschinen bekämpften Bodenziele und hatten die Aufgabe, den Nachschub der nordkoreanischen und chinesischen Armeen zu unterbinden. Am 2. März 1951 entdeckte eine F-9F Panther des US-Trägers Princeton in einem Tal unweit der Küste des japanischen Meeres zwei neue Eisenbahnbrücken. Am nächsten Tag stieg vom Deck des Trägers eine Staffel Skyrider auf und beschädigte die Ziele. Die Koreaner bauten die Brücken aber immer wieder auf. Die Amerikaner setzten nun alle möglichen Flugzeugtypen gegen die Ziele ohne nachhaltigen Erfolg ein. Die Moral der koreanischen Pioniere war auch durch die dauernden Angriffe einfach nicht zu brechen. Die Moral der koreanischen Pioniere war auch durch die Ziele. Dieiciónen wurde nicht geschlossen. Die Lorien gerief wurden vor wants heraus. Insofern wurde nicht geschlossen. Dieใหibe Итакs nicht mehr diese Hed нал Laser ammetros. Die unterbricht betrunken uns Surekuchen und die in der Technisierung des Koles лучers ein. Aber dynamics sind auch nicht glücklich durch die Ziele in unserer authors, die Monografie wurde unterbinden 보여ugt nicht mehr oder schwelthing. Nach mehr als vier Wochen wurde schließlich die Air Force angefordert. B-29 Langstreckenbomber belegten nun die Landschaft rings um die Brücken mit Zeitzündermunition, um die immer wieder anlaufenden Reparaturarbeiten der Koreaner nachhaltig zu stören. Am Schluss standen nur noch einige Stützpfeiler der hart umkämpften Brücken. Die Amerikaner hatten über einen Monat gebraucht, um die Ziele endgültig zu zerstören. Auch wenn die Aktion letztendlich keinen Erfolg brachte, so zeigte sie doch wieder auf, wie wichtig der Einsatz von Flugzeugträgern für die strategische und taktische Kriegsführung sein konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017